So, willkommen zurück zum Dark Souls Let's Play Cinders. Wir sind hier weiter im Kerker. Und viel Spaß beim Zusehen. Und zacka. Eleonora. Na, Dickie? Der macht schon ordentlich Damage, ne? Die Waffe. Eine Kiste, zwei Kisten, eine Mimic, eine Mimic. Wahnsinn. Große Titanitschabe, das ist gut. So, wir nehmen uns Hilfe. Okay, hau mal rein, komm. Du machst den, ich mach den auch. So. Okay, du willst den nicht machen? Alles klar, dann mach ich den für dich. So. Ah. Jo. Oh, Esther-Scherbe. Sehr schön. Wo ist der andere? Hat nichts getroppt, oder was? Nee, doch. Wo ist der andere? Hm, no. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Gramp, gramp, gramp. Ne, das ist das hier. Ja. 50 HP. Das Osser hat. Okay, okay. Wir machen weiter. Hier kommt doch bestimmt irgendjemand, oder? Oder auch nicht. Witzelbe-Helm. Kannst du alle 5 Sekunden irgendwie ins Menü reingehen, ne? Dann hättest du mir mal helfen können. Wer auch immer du bist. Hexten. Was macht der? Ah, ich mach einfach jetzt. Du leck. Hipshort. Nein. Warum? Ich hab keine Ahnung, was du machst. Ich hab keine Ahnung, was du machst. In den Poppes. Nein. Warum jetzt gerade? Komm. Der Bord, der kommt. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Bist du da oben, oder was? Ne, da bist du. Noch ein Ninja. Hier sind ja nur Ninjas. Geiler Oshina. Geiler Dings. Ähm. Ist das Sir Alone, oder was? Nein. Na, heile ich mich auch. Ah, ist keine Heilung, ne? Und jetzt will ich dein Schwert haben. Ah, den hab ich schon, ne? Hm. Sir Alone. Sir Alone, höchstpersönlich. Okay. Wo bist du? 5,2. Ich bin wahrscheinlich sehr schwer damit, ne? Ja. Ja. Kannst du gar nicht tragen. Stamina. Aber ich könnte nochmal die, ähm, Sir Alone's Katana benutzen. Dann hätt ich noch eine dritte Waffe. Siegbräu. Sehr gut. Gut. Okay. Nenn mal rein. Komm. Ich mein, wir finden sowieso ganz schön viele Sachen. So. Na, Items. Komm. Nehmen wir mal einen großen. Ich kann ziemlich schnell auf R1 drücken, ne? Logan Scroll, Ring of Woodson. Okay, wahrscheinlich irgendwas mit Magie, ne? Ja. Wir haben mal gewusst. Große Titanitscherbe. Nehmen wir gerne mit. Okay, ähm, Siegwart haben wir ja nicht gemacht, die Quest. Also dürfte er auch nicht da drin sein, ne? Ja. Hier war auch gut. Okay. Ich muss nochmal gucken, was für ein Schwert das war. Das war... Da ist es. Okay, das ist gut. Das ist, ähm, Dexterity. Okay. So, okay. Das ist ja für Jorn dann, ne? Okay, alles klar. Dann machen wir das mal so. Ähm, ja, das reicht nicht. Oh Mann, ich hab echt keinen Überblick hier mit diesen ganzen Waffen. Wo ist denn jetzt meine Waffe? Sag mal. Wo ist meine Waffe? Okay, ich hab keine Ahnung, wo meine Waffe ist. Oh Gott. Also, nochmal. Wo ist meine Waffe? Wo hab ich die hingetan? Hier ist meine deutsche Katana, ist klar. Aber wo ist denn diese kleine Waffe? Wie hieß die denn überhaupt? Die wird geglitscht, oder was? Das ist die Nett. Okay. So, jetzt geh ich mal alle jetzt durch. Kann ja nicht sein. Und guck einfach mal nur auf den... Auf die Verbesserung. Da ist... Ach, so sah die aus. Wollen wir mal... Hä, nein. Quatsch, nicht. Nein. Quatsch, das war die doch gar nicht. Ja, nein. Das ist... Ja, das ist die... Wahnsinn. Ist bei den Großschwertern... Bei den schweren Sachen... Ich meine... Hammer. Ich bin aber zu schwer, ne? Gut, dann kommt der raus. Gott. Okay, ich schneide das raus. Ich schneide das raus. Ich schneide das raus. So, dann... Hier, wir mal kurz, bitte. Und dann... Haben wir alles gemacht. Ich muss erst mal warten, bis mein... Leben sich... Ich hab den Shortcut nicht frei, gell? Den einen. Da, wo es zum Dings geht. Fällt mir grad ein... Zum Erzdrachengipfel. Hm, okay. Na gut. Wir gehen hoch zum Leuschfeuer. Wir haben viele Seelen. Von da reisen wir mal zum gottlosen Hauptstadt. Und dann geht's zum Jorm. So. So. Einmal Leben. Trouble. So, nee. Wir gehen hier hin. Da ist auch noch ein Item. Nehmen wir den noch mit, glaube ich, oder? Von hier. Wir müssen eh hoch. Oder? Kann ich mich da drauf fallen lassen? Ja. Glaube ich schon. Hast du sehr gut gemacht. Probieren wir noch mal. Hm. Vielleicht erst mal auf den Balken. Was? Nein. Hier auf den. Nee. Kannst du vergessen. Okay. Okay. Das schafft man gar nicht. Hm. Was ist das überhaupt? Von hier? Okay. Muss ich auch irgendwie runterfallen lassen, ne? Nee. Okay. Okay. Okay, ich geb's auf. Ich hab jetzt ein paar Mal probiert und keine Ahnung, ich fall immer da nebendran vorbei. Komm nicht an das Item dran. Also, dann machen wir weiter zum zum, sag ich. Dann machen wir weiter Richtung Jorm. Hör doch mal auf. Ich will doch an dir vorbeilaufen. Nein. Okay. Ich bin der Klaue. alles klar so weiter geht's ok ja kommt nur ich glaube hier ist masseninvasion in dem gebiet aufwünschen fertig immer weg du bist bis jetzt der schlechteste begleiter von allen gewesen es ist ja super ich haben hast du gemacht wahnsinn ja geht doch aber viel zu langsam ist der gargoyle da da ist einer da ist da oben mask of nimm das ja hast du klasse leistung wie soll ich sagen ja das war eine klasse leistung von meinem begleiter alle leben noch so maske of sin us soll observation ja warum nicht warum nicht sieht behindert aus da bist du ok laut tag hat sie oder tag hat sie ja wir heilen uns beide kommen block tag hat sie block tag hat sie hier wird jetzt nicht geheilt so jetzt absorbieren wir die ganzen seelen mit meinen helmen und schon geile rüstung auf jeden fall eastern commander halmen da macht auch dexter retina wenn wir auch noch mal nehmen jawohl ok aber so secure jetzt müsst ihr aber dran glauben komm 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 Fire Seed. Fire Seed. Wir gehen gleich nach Hause. Wir gehen gleich. Eine Kiste, zwei Kisten. Ein Item. Was war das jetzt? Ich dachte, das wäre ein Item von dem... von dem Mobs hier. War auch wahrscheinlich. Okay. Hast du noch mehr Samurai-Helms? Hast du? Endurance, okay. Oh, eine Samurai-Helm. Okay, noch einer. Hast du, Enk? Ja, mit der Kacke. So, Ring of Humanity. Okay. Ander. Last time. Okay. 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 Was der Ring liegt, wiegt so viel 10 Ja, kann es vergessen Das kann es vergessen So, noch was Ja, Gargoyle, ist schon klar Komm, wir kämpfen Mann gegen Mann Oder Mann gegen Gargoyle Du blöde Tante Oh Gott, ja Ich wüsste gar nicht, dass die Hunden hier so schnell sind, ne Hier, komm Ich meine, der ist sowieso scheiße Was du zuschlägst Ja, komm runter So, und jetzt habt ihr nichts drauf, ne So kriegst du erstmal in deinen Kokos was rein Na, bin ich noch am Leben So, nichts nutzt Eigentlich Ich laufe mal ins Feuer, ist klar Weil ich immer denke, ich kann immer Vorherschlagen So, was bist du? Eine Mimic Ne Die Orms Alles klar, ist bestimmt echt zu schwer Komm mal her Ich schlag jetzt einfach drauf Ja, wusste ich doch Oh Gott, hab ja noch gestagert Okay, und Toten und Knochensplitter Ist gut Gibt es auch noch Mimic Okay Gargoyle, Gargoyle, Gargoyle Okay, ich bleib hier bei meiner Rüstung Hier Da ist auch noch eine Kiste Noch eine Kiste Noch ein Mimic Nein Ernst of Sin Hier Inflitzkurs Okay Gut Dann wären wir auch hier Mit der Gottlosen Hauptstadt Soweit durch Jetzt geht es zum Boss Und Das machen wir dann beim nächsten Mal Alles klar Macht's gut Ciao